Salve, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute lernst du besondere Verben kennen, die sogenannten Deponentien. Dafür brauchst du Kenntnisse über die Passivform, ohne die das Übersetzen schwierig wird. Wir starten mit einem einfachen Satz. Marcus periculum timid. Die Übersetzung lautet Markus fürchtet die Gefahr. Das Prädikat im lateinischen Satz hat eine aktive Form. Die Übersetzung ist ebenfalls im Aktiv. Formen wir den Satz einmal um. Periculum a Marco timetur. Die Gefahr wird von Markus gefürchtet. Der lateinische Satz hat eine passive Form. Die Übersetzung ist ebenfalls passiv. Nun tauschen wir den passiven Satz aber einmal aus. Wir ersetzen ihn durch Marcus periculum veretur. Die Form ist nach wie vor passiv. Die Übersetzung ist aber aktiv. Markus fürchtet die Gefahr. Es gibt offenbar Verben, die passive Form haben, aber aktiv übersetzt werden. Sie haben ihre aktive Form abgelegt. Das heißt auf Latein deponere. Aus diesem Grund nennen wir diese Verben deponentien oder in der Einzahl deponenz. Noch einmal ihre Form ist passiv. Zu erkennen an der Endung Tour. Die Übersetzung ist aber aktiv. Er, sie, es, fürchtet. Hier sind ein paar Beispielsätze, in denen das deponenz Vereri in verschiedenen Personen, verschiedenen Tempora und im Modus Imperativ auftaucht. Bevor du dich an die Übersetzung machst, nimm dir die ersten fünf Formen von Vereri vor und bestimme ihre Person und das Tempus. Halte dazu das Video kurz an. Und nun die Auflösung. Na, wie viele hast du richtig gemacht? Nun der nächste Schritt. Du hast die Verbform nun bestimmt vor dir. Versuche nun, die Sätze zu übersetzen. Beachte, dass die Form nach wie vor passiv ist, die Übersetzung aber aktiv sein muss. Nimm auch die beiden Sätze zum Imperativ Singular und Plural hinzu. Halte das Video erneut an und übersetze schriftlich. Starten wir nun den Vergleich. Markus et Claudia periculum verentur. Heißt übersetzt. Markus und Claudia fürchten die Gefahr. Periculum vere bimini. Zweite Person Plural Futur 1. Ihr werdet die Gefahr fürchten. Periculum vere bares. Das ist das Imperfekt. Zweite Person Singular. Du fürchtetest die Gefahr. Periculum veritussum. Perfekt Passiv von der Form her. Ich habe die Gefahr gefürchtet. Periculum veritussum. Das ist die erste Person Plural plusquam perfekt. Wir hatten die Gefahr gefürchtet. Nun geht es weiter mit dem Imperativ Singular. Markus ad Claudiam periculum verere. Markus sagt zu Claudia fürchtet die Gefahr. Und schließlich Imperativ Plural. Pata ad Markum et Claudiam periculum veremini. Der Vater sagt zu Markus und Claudia fürchtet die Gefahr. Und hast du daran gedacht, alle Passivformen aktiv zu übersetzen? Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wie du siehst, gibt es zahlreiche Deponentien. Die hier abgebildeten sind noch längst nicht alle. Auch Deponentien werden ganz normal den verschiedenen Konjugationsklassen zugeordnet. Das kannst du gleich mal testen. Nehmen wir mal Hortari als Beispiel. Das gehört zur A-Konjugation. Suche auf dieser Seite ein beliebiges anderes Wort der A-Konjugation und gib es gleich in das sich öffnende Fenster ein. Folgende Deponentien gehören zur A-Konjugation. Es gibt natürlich auch die E-Konjugation. Unser Beispiel Vereri gehört dazu. Findest du ein weiteres der E-Konjugation? Diese alle gehören dazu. Auch in der I-Konjugation gibt es einige Deponentien, zum Beispiel O-Riri. Mach dich doch mal auf die Suche und finde ein weiteres. Ein paar weitere sind vorhanden. Bleibt noch die konsonantische Konjugation, zum Beispiel Loqui. Jetzt musst du nicht nochmal weitersuchen. Alle übrigen gehören zur konsonantischen Konjugation oder zur konsonantischen Konjugation mit I-Erweiterung. Halten wir noch einmal fest, was es wichtig ist, über die Deponentien zu wissen gibt. Das Deponentien hat seine aktive Form abgelegt und wird trotz passiver Form aktiv übersetzt. Ansonsten sind Deponentien ganz normale Verben und treten somit in allen Tempora, in allen Modi, also auch im Konjunktiv und im Imperativ auf und sind in allen Konjugationsklassen vorhanden. Der Imperativ Singular endet auf RE, der Imperativ Plural entspricht der zweiten Person Plural und endet demnach auf MINI. Halte das Video kurz an, um die Regeln abzuschreiben. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwierig gewesen, oder? Wichtig ist, dass du die Passivformen beherrschst und immer daran denkst, dass die passiven Formen aktiv übersetzt werden. Eine kleine Selbstüberprüfung kannst du jetzt vornehmen bei einem Quiz, das nun kommt. Du bekommst die Stammformen und die Bedeutung von verschiedenen Deponentien und dazu eine Form, die du übersetzen sollst. Wenn du alles richtig gemacht hast, hast du das Prinzip verstanden. Super! Wenn du noch einige Fehler gemacht hast oder generell noch unsicher bist beim Thema Deponentien, schaue dir das Video oder teile davon noch einmal an und wenn dann immer noch Fragen sind, notiere dir möglichst genau, was du nicht verstehst und frage in der nächsten Lateinstunde deine Lehrkraft. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! ...